So, jetzt ist meine Schoki alle und nun? Hat er gesagt. Jetzt ist der Stream vorbei. Aus und vorbei. Das war der Höhepunkt. Das ist auch schön gesagt. Oh ja. Hast du noch eine im Vorrat? Dann war es das noch nicht. Nein, ich habe immer Schoki auf Vorrat. Zweite Runde? Ja, immer. Ja, noch eine dritte. War mir heiß. Mir wird auch gerade echt heiß. Schwester Zupfer. Auf der Stirn bitte, auf der Stirn. Tagst du uns 10 an? Na, das ist doch schön. Ich immer jeden Morgen um sechs. Hast du schön ausschlafen? Ja, was denn sonst? Hallo. 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 Du bist schön und ein Killer. Alles klar, Dante. Dankeschön für dein Re... ähm... Tricks da! Ich bin schon ganz wuschig hier. Es tut mir leid. Sexy Stimme und dann zwei tolle Menschen hier. Nein, drei sogar. Einfach schön. Voll schön. Das ist nur eine sexy Stimme. Die sexy Stimme ist nur die sexy Stimme. Der Rest ist egal. Das ist ähm... Keine Ahnung. Ignoriert mich. Kein Thema. Nein, Edema. Außerdem bin ich nicht gut. Nein. 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 Mein lieber Mensch. Ich will jetzt wieder runter. Oh, ja. Ich schnipp. Entschuldigung. Und Raunen, was hast du so gemacht? Och, äh... ich habe lecker gegessen. Und danach war ich Grüß August bei Miss Pinky. Oh, es tut mir leid. Oh mein Gott, ich hab morgen wieder Muskelkater, ey. Schön. Ah, dreh dich zu mir! Guck mich an, wenn ich... Die Rede und so. Nicht schlagen, nicht schlagen. Du musst es lachen. Das kann doch nicht sein. Vorsicht, der Gruppi, ne? Ja. Oh Gott, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, warte, warte, warte. Ich hol die schneller Huster. Ja. Oh, wie es tut. Dann gehst du weg. Dann lässt du mich allein hier. Wo soll ich denn hin? Oh Mann. Was machst du eigentlich jetzt da die ganze Zeit, Killer? Der guckt dir zu beim Anfassen. Er will sehen, dass du dich anfasst. Ohohoho. Also, wäre ich euer Killer, würde ich euch die ganze Zeit zuschauen. Oh ja. Der würde gar nicht... Der würde mich zuschlagen, den ganzen Tag beim Anfassen. Ja. Was denkst du denn? Was denkst du denn? Oh. 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 Oh wow. Ja, weißt du Bescheid. Ja. Oh, herrlich. Ja, 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 ja. Oh Gott. Äh. Ich glaube, mein Spiel würde nur noch aus Schlagen und Licken bestehen. Schlagen und Licken und Anfassen. Oh, ja, 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 ja. Puh. Hä? 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 Was'n Takota? Was'n Hö? Wieso hängst du, Takota? Hallo? Hast du Schrank gezogen? Aua! Ja, er wurde auch schon... Äh, sie, äh. Scheiße. Warum willst du mich denn so hart? Geh doch mal bitte weg! Nö! Aus dem Schrank, ja. Ich hab gar keine Lust drauf. Geh weg jetzt! Böser Trickster! Nein! 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 Oh, das war so Fun gerade, ne? Ja, natürlich. Beste Stimmung überhaupt. Ist so. Du bist jetzt tot, ne? Ich bin raus. Was ist los? Das klang so... So fies. Was ist los? Sie sind jetzt so gut gelaunt, dass sie selbst die schlimmsten Nachrichten als, äh, als was Freudiges rüberbringt. Bist du denn tot? Hey, du bist jetzt tot, was? Hä? Ja! Ja! Schön. Jetzt hat's dich gleich weggefetzt, was? Ja? Hey, geil. Schön, was bist du hier! Gut, dass du das übernachst. GG! GG! Oh, herrlich. Oh, herrlich. Kein Anfassen mehr für dich, mein Freund. Ja! Wird nicht mehr gefummelt. Oh, ja! Jetzt bin ich drauf. Nein! Nein! Oh, 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 oh! Oh! Oh, oh, 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 oh! Das war doch frech. Ich? Weißt du? Oh mein Gott! Ja! Ja! Schön, dass du dich freuen kannst. Ja! Immer! Immer! Ja, scharf! Ja, scharf! Er kommt! Er kommt! Lauf! Was? 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 Hallo! Hallöchen, Borgli! Oh mein Gott! Wie böse ich! Ich glaube, wenn der Killer wüsste, wie wir hier lachen... Ja? ...die Welt nicht mehr verstehen. Der wird sich löschen gehen, wirklich. Also richtig. Für immer. ...steam-Account weg. Äh... Umhals rum! Was ist das? Ach! Äh... Oh Mann! Ich glaube, der wird sich nicht ernst genommen fühlen. Ist so! Wieso willst du mich nach unten? Was machst du da unten? Warte mal, spiele ich hier grad DBD-Moment? Kann das sein, dass ich hier DBD spiele? Nein! DBD hat so eine toxische Community. Abblende dieser Street! Nein! Das ist schön! Muckli, wir haben Spaß! Wir haben einfach nur Spaß! Was macht denn ein bisschen? Ich schwitze schon vor Lachen, ich muss gleich wieder duschen gehen. Oh, geil! Bitte mit, Cam! Ohne zählt nicht! Aua! Wenn man denkt, es kann ich Cringer werden, ja? Hier, Cam von Raunen wird eingeblendet, zack! Ich kann's auch mit Mikro... Also... Ich nehm mein Mikro mit unter die Dusche, genau! Ja, das mach ich! Das wird gut! Nächste Woche mit dem neuen Mikro auch wieder! Ach Gott! Bist du alleine vor PC, oder? Warum atmest du so schwer? Nein! Ich kann nicht mehr! Oh, Leute! Ihr bringt mich zum Heulen! Ich heule auch schon! Heule! Weißt du was? Dann nimm dir Taschentuch, ey! Sag nichts dazu, kann nur noch lachen! Geil! Ich nutze wirklich die Taschentuch! Ja klar! Oh Gott, ich kann nicht mehr! Das ist der Raunen! Der hat ne sexy Schwimmer! Geheimdrucken! Hallo, Dottwin! Ich bin hier nur der Grüß, August! Ich wurde hier nur reingelassen, weil ich das so machen kann! Ich bin noch nicht mal ein lieber Mensch! Oh nein! Wie wir eben festgestellt haben! Oha! Das ist nur zur Befriedigung, ja! Hilfe! Wo bin ich hier gelandet? Das sagst du! Wow, da kämpft er jetzt auch noch, ey! Es war einmal in einem völlig verrückten Stream! Oh! Sehr schön! Mehr fällt mir nicht auf! Mukti, das haben wir schon die ganze Zeit gesagt! Der könnte wirklich ein Erzähler sein, ne? Das ist wirklich so! Geschichtenerzähler oder... Ey, das ist einfach... Deswegen sagen wir ja sexy Stimme! Ich kann nicht mehr! Kann nicht mehr! Puh! Oh, nee! Oh, nee! Oh! Warum machst du das? Wieso stehst du im Schrank? Oh nein! Wieso stehst du im Schrank? Tapcota! Oh no! Lass mich doch nicht so einfach abschleppen! Aber Tapcota hat wieder am längsten durchgehalten, oder? Aber Achtung! Gut gespielt, mal wieder! Digga! Savehook! Hörbücher! Ja, ja, ja! Genau, genau! Ich würd's kaufen, siehste! Notwin würdest's kaufen! Und ich auch!